Es ist über 500 Jahre her, dass es in Frankreich, am damals noch französischen Hof, eine Frau gab, die wirklich alles hatte und ich meine alles. Sie war unendlich schön, clever und nicht nur das, sie war der Mittelpunkt des Königshauses. Alle waren entzückt von ihrer Intelligenz und anmutigen Schönheit, allen voran der zukünftige König, der diese Frau über alles liebte, so sehr, dass er ihr stets teure Geschenke machte. Sie aber auch mitnahm bei Gesprächen mit seinen Beratern, er schätzte den Rat dieser Frau sehr und es gab eigentlich nichts, was sie nicht machen oder nicht haben konnte. Vorgestellt wurde sie allen als erste Frau an der Seite des Königs, doch die Rede ist nicht von der Ehefrau des Königs, nein, sondern von seiner Geliebten, Diana de Poitiers. Eine geschichtlich sehr interessante Figur, denn bis heute ist unklar, was Diana dazu bewegt hat, dass wir uns in dieser Weise an sie erinnern. Dianas Geschichte beginnt relativ unscheinbar. Ihr Geburtstag ist unbekannt, ebenso wie das Jahr. Woran liegt das? Nun, zwar stammt Diana aus einem Adelshaus, jedoch war sie nur, in Anführungszeichen, eine Tochter. Damit war klar, okay, den Titel ihres Vaters wird Diana nie bekommen, bei einer Tochter wird auch meist nicht sonderlich viel aufgeschrieben, darum wissen wir über Dianas erste Jahre nur sehr wenig. Man vermutet, ihr Kuchentag war so plus minus um das Jahr 1500 herum. Manche Quellen sagen, sie hatte Geburtstag in der Silvesternacht, eine andere sagt in der ersten Januarwoche und eine ganz andere meint, es war im September. Was wir dafür aber sicher wissen ist, dass Diana in einem sehr kleinen Dorf im Südosten von Frankreich aufgewachsen ist und die übliche Ausbildung einer Tochter ihres Standes erfahren hat. Sie hat alles gelernt, von Musik bis Höflichkeitsformen. Es gibt zwei Dinge, die man immer und auch von Anfang an zu Diana sagen wird, nämlich erstens, dass sie eine außergewöhnliche Schönheit war, also wirklich von Anfang an, sie hatte wohl richtig feine Züge, war einfach ja so richtig natürlich schön. Es gibt ja so Leute, die stehen morgens auf und sehen aus wie eine Göttin, das war bei Diana so, das wird sich auch nie ändern. Und zweitens, Diana war nicht nur besonders schön, sondern auch sehr klug. Sie bat ihren Vater früh um zusätzliche Bücher über Politik, Astrologie. Sie wollte die Menschen um sich herum erst mit ihrer Schönheit und dann mit ihrer Intelligenz beeindrucken. Fast hätten wir den Namen dieser Frau nie erfahren, doch Dianas Alltag nimmt eine plötzliche Wendung, als sie mit sechs Jahren ihre Mutter verliert. Ihr Vater hatte keine Zeit, nach den Ländereien und der Erziehung seiner Tochter zu schauen. Darum kommt Diana zu einer Frau namens Anne de Bourgeux. Anne war die älteste Tochter von König Ludwig XI. und war selbst von 1483 bis 1491 als Regentin von Frankreich aktiv. Für ihren jüngeren Bruder Karl, bis er alt genug war, um selbst König zu sein. Und das hat Diana sehr verändert. Durch Anne kommt sie nun nämlich immer öfters an den französischen Hof, bekommt dort alles mit. Der Luxus, die vielen Menschen. Jeden Tag gibt es etwas Neues zu entdecken. Das hat Diana sehr gefallen. Zumindest war es sicherlich kein Zufall, dass Diana dann meist am französischen Hof ist und da dann auch bleibt. Ab 1514, als der zukünftige König Franz I. seine Ehefrau heiratet, wird Diana Hofdame. Ein Jahr später handelt Dianas Vater aus, dass es für sie an der Zeit wird, zu heiraten. Ausgewählt wird ein Herr namens Louis de Bourget. Louis war ein uneheliches Kind von König Karl VII. und hatte viele Jahre als Kammerdiener des Königs gearbeitet. Auch wird er als nicht sonderlich attraktiv beschrieben, aber durch seine Arbeit am Hof wurde Louis befördert. Er bekam Rang und Namen und somit schließlich auch ein schickes, kleines Schloss. Wie alt er genau war, ist unbekannt. Klar ist nur, er war um einiges älter als Diana. So 40 Jahre? Also war Louis schon in seinen 50ern. Was sich ihr Vater dabei gedacht hat, ist fraglich. Vielleicht dachte er auch ganz praktisch, weil diese Hochzeit war für Diana ein Upgrade. Sie würde an Louis' Seite einen höheren Titel bekommen, hätte durch ihn sehr viel mehr Geld gehabt und wird auch sehr sicher mit so einem Mann nicht lange verheiratet sein. 50 war damals schon ein nicht so oft gesehenes Alter und danach hätte Diana ein Leben im Luxus. Könnte absolut alles machen, was sie will. Vielleicht wählte ihr Vater auch Louis nur aus, weil es Berichte darüber gibt, dass er sehr freundlich zu Diana war. Also wenn man mal den nicht näher definierten Altersunterschied weglässt, wird diese Ehe als ziemlich ruhig, sogar schon fast harmonisch beschrieben. Aus Liebe geheiratet hat damals so gut wie keiner. Wenn der Ehemann dann nett zu einem war, da hattest du großes Glück. Zu sagen, die beiden haben zueinander gepasst, wäre die falsche Formulierung. Sagen wir einfach, zwischen den beiden hat es trotz allem gut funktioniert. Zwei Jahre nach der Hochzeit ist Diana zum ersten Mal schwanger. Zwei weitere Jahre bringt sie eine weitere Tochter zur Welt. Dass Diana wunderschön ist, dieser Tatsache ist sie sich natürlich selbst auch bewusst und sie tut auch alles, um weiterhin schön zu bleiben. Ein großes Hobby von Diana waren Pferde. Sie achtete stets darauf, sich körperlich fit zu halten. Morgens mit dem Sonnenaufgang raus in den Stall. Und sie gibt auch sehr viel Geld für Kosmetik aus. Alles, was man damals machen konnte für das eigene Antlitz, um noch schöner zu sein. All das macht sie. Und wofür sie auch sehr bekannt ist, ist die Tatsache, dass sie sehr oft gebadet hat. Also damals hat man das jetzt nicht so oft gemacht. Diana war da anders. Meist musste das Badewasser schon bereitstehen vor dem Frühstück. Kontakt hat Diana zum Hof als Ehefrau immer noch, wenn auch nicht mehr ganz so täglich wie früher. Der Adel muss sich da immer mal wieder blicken lassen, gesehen und gesehen werden. Es ist unklar, wann genau Diana Heinrich zum ersten Mal kennenlernt, nur dass sie wohl schon sehr früh in seinem Leben war. Heinrich von Ollion, zweiter Sohn des französischen Königs, wurde am 31. März 1519 geboren. Da war Diana längst verheiratet und im Haus ihres Ehemannes. Doch als ehemalige Hofdame der Königin war Diana sicherlich von Anfang an irgendwie involviert. Ich weiß, was sie jetzt denkt, aber tatsächlich war das am Anfang zwischen Diana und Heinrich, wenn überhaupt, eine Freundschaft. Manche sind der Meinung, Diana hat all das, was nun folgt, von langer Hand geplant. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass man sowas so viele Jahre im Voraus planen kann. Zu Beginn hat Diana einfach nur das gemacht, was jeder an ihrer Stelle gemacht hätte. Die Königin war auch eine Art Freundin. Nun ist sie Mutter, da kann Diana sie doch auch besuchen, wenn sie da ist. Gute Kontakte zum Königshaus war das Wertvollste, was es gibt. Der König kann Diana und ihrem Ehemann noch mehr Titel, Geld und Ländereien geben. Wer das Glück hatte, in die Nähe dieser Familie zu kommen, der hat das dann auch gemacht. Das hat damals jeder versucht, sich gut mit denen zu stellen und Diana ist das eben gelungen. 1525 gibt es Probleme mit Spanien. Der französische König wird eingesammelt und man macht dann eine Art Tauschgeschäft. Der König darf gehen, seine Söhne kommen dafür nach Spanien, bis alles geklärt ist. Da war Heinrich sechs Jahre alt und es ist Diana, die ihn und seinen älteren Bruder nach Spanien bringt. Die Mutter der beiden konnte das nicht, sie wurde nicht älter als 24. Als beide nach Spanien gehen, ist sie seit einem Jahr nicht mehr da. Also übernimmt Diana die Aufgabe, beide Prinzen nach Spanien zu bringen. Dort angekommen, spricht sie ihnen Mut zu, bevor sie sich verabschiedet. Für Heinrich war Diana lange ein Vorbild, eine gute Freundin der Familie. Als die Prinzen im Jahre 1530 wieder nach Hause kommen, wird diskutiert, wen wird Heinrich von Orléans einmal heiraten. Schließlich wird mit dem Papst über eine Hochzeit mit Katharina de' Medici verhandelt. Man trifft sich dafür dann im Haus von Diana und ihrem Ehemann, um alle Punkte dieser Ehe zu besprechen. Und nur ein Jahr später verliert Diana ihren Ehemann, der schon ein entsprechendes Alter hatte. Das war zu erwarten. Eigentlich hatte Diana jetzt das goldene Ticket. Ihr Ehemann war nicht mehr da. Sie hat daraufhin erst einmal verkündet, sie geht den Weg, so wie es für sie sein muss. Sie wird nur noch dunkle Kleidung tragen oder weiß. Das hat man damals auch. Sie wird nicht erneut heiraten und den Rest ihrer Tage in ihrem Schloss wohnen, nach den Töchtern schauen, einen Alltag in Luxus führen. Nun, mit plus minus 30 kann man ja noch viel machen und hätte Diana das so gemacht, würden wir uns heute nicht an ihren Namen erinnern. Diana bleibt nicht in ihrem Schloss. Sie geht an den französischen Hof, weil der französische König nach ihr ruft. Heinrich sollte bald Katharina de' Medici heiraten. Er war schon vor diesen fünf Jahren in Spanien nicht der gesprächigste. Aber seitdem spricht er so gut wie nichts mehr, er lässt sich kaum blicken, hat an nichts Interesse. Der König hat keine gute Beziehung zu seinem Sohn. Und jedem am Hof war klar, dass es schon immer eine Verbindung zwischen Heinrich und Diana gab. Und darum hieß es, wenn es jemanden gibt, dem Heinrich vertraut, dann Diana. Und Diana stellt daraufhin sicher, dass ihre Sachen gepackt werden. Sie zieht an den französischen Hof. Sie verspricht dem König, sie wird aus Heinrich ganz sicher einen respektablen Mann machen. Fortan ist Diana am Hof, offiziell als Beraterin für Heinrich von Orléans. Sie stellt sicher, dass Heinrich stark und selbstbewusst wird. Und das klappt dann auch. Heinrich fliegt bald alles zu. Die Anerkennung des Hofes, vor allem der der Frauen, was Heinrich gerne annimmt. Er hat viele Geliebte. Diana hat sichergestellt, dass Heinrich mal erkennt, was für ein tolles Leben er eigentlich hat. Und er kostet das dann auch aus. Er war der zweite Sohn des Königs. Der Ersatz. Sein Bruder war gesund. Das ist eine der besten Positionen, die man haben kann. Heinrich kann eigentlich fast alles machen, was er will. Und so viel er will. An seiner eigenen Ehefrau, Katharina de' Medici, hat Heinrich dann kein Interesse. Warum, ist unklar. Eine Möglichkeit wäre, er fand sie auch nicht schön. Und wenn er die Möglichkeit hatte, nicht in ihrer Nähe zu sein, dann hat er das auch gemacht. Wie der Rest des Hofes. Eventuell hat er sich auch nicht mit ihr beschäftigt, weil, wie im Video zu Katharina gesagt, es war ziemlich schnell unklar, ob diese Ehe weiter bestehen wird, ob Katharina nicht wieder zurückgeschickt wird. Heinrich hatte also keine Pflicht, den Zweck dieser Ehe zu erfüllen. Denn darum geht sein Alltag, als Katharina da ist, locker flockig weiter. Alles nach dem Motto, ich will Spaß, ich will noch mehr Spaß. Es ist unklar, wann und wie es zwischen Heinrich und der schätzungsweise 19 Jahre älteren Diana romantisch wird. Klar ist nur, Diana bleibt am Hof, auch wenn Heinrich sie gar nicht mehr als Beraterin braucht. Diana ist weiterhin mit dabei, mehr denn je sogar, bei Gespräche mit dem König und seinen Beratern. Dianas Rat wird so sehr von Heinrich geschätzt, dass er sie immer und überall mit dabei haben will. Die schöne Diana wird sowas wie, ja, der Star am französischen Hof. Die meisten sind verzaubert von ihrer Schönheit und Intelligenz. Viele können gar nicht glauben, wenn sie hören, wie alt Diana eigentlich ist. Damals war 30 sowas wie, ja, 45 plus. Diana stand aber ständig im Mittelpunkt. Das sollten eigentlich die Frauen des Königs sein, aber Diana schafft es immer, über allen anderen zu stehen. Die nächsten Jahre werden für das Königshaus nicht einfach. Heinrichs Ehefrau Katharina wird nicht schwanger. Es ist immer noch unklar, ob sie nicht wieder doch zurück nach Italien muss. Außerdem verliert die Krone 1536 ihren Thronfolger, Heinrichs älteren Bruder Franz. Die genauen Umstände wurden ja nie geklärt und es gibt da bis heute sehr viele Gerüchte, dass Katharina dafür verantwortlich war, weil sie Königin sein wollte, dass Heinrich das war, weil er König sein wollte oder dass Diana all das in die Wege geleitet hat, damit Heinrich und sie dann auch irgendwie Königin wird. Man weiß es nicht. Sucht's euch aus. Sicher ist nur, das hat alles verändert. Alles, was Heinrich kannte, sein ruhiger Alltag, in dem er machen kann, was er will, das war damit vorbei. Er wird eines Tages König sein. Seine Ehe zu Katharina muss nun funktionieren. Oder er muss sich eine neue Ehefrau suchen. Wie wir aus dem Katharina de' Medici Video wissen, hat Diana die Ehe zwischen Heinrich und Katharina stets unterstützt. Nicht aus Nächstenliebe. Diana wollte sicherlich nicht, dass Heinrich eine neue Ehefrau bekommt. Er macht alles, was sie sagt. Sie hatte einen Status unter der Krone, von dem man nur träumen kann. Den wollte sie natürlich behalten. Heinrich hat an Katharina kein Interesse und so bleibt Diana die Nummer 1. Katharina de' Medici versucht alles, um schwanger zu werden. Sie und Diana haben dann zusammengearbeitet, haben sogar so getan, als wären sie Freunde. Und das eigentlich von Anfang an, weil so war es für beide am angenehmsten. Sei nah bei deinen Freunden, aber noch näher bei den Leuten, die du nicht magst. Nur irgendwann hieß es dann aber auch, was wenn es an ihm liegt. Weil Heinrich hatte viele Geliebte und das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Davon gab es halt auch bisher kein einziges Kind. Auch nachdem klar ist, okay, Heinrich besucht jetzt Katharina regelmäßig in ihrem Haus und da, ja, immer noch nichts. Du kannst dir als König sehr viel leisten, aber wenn klar ist, dass du die Linie nicht weiterführen kannst, dann war es das für dich sofort. Wie bereits gesagt, wann es zwischen Heinrich und Diana romantisch wurde, ist nicht ganz klar. Man weiß nur in der Zeit, wo das alles war, mit Heinrichs Bruder, dass die Ehe mit Katharina nun funktionieren muss. In dieser Zeit haben Diana und Heinrich sich dann auf einmal als Liebespaar gezeigt. Also, dass die beiden offensichtlich zusammen sind, da wurde öffentlich geflirtet, man zeigte sich verspielt und verliebt. Als wäre es noch nie anders gewesen. Wie das am Hof aufgenommen wurde, ist nicht ganz klar. Auch heute wissen viele nicht, was man davon halten soll. Die einen sagen, okay, sowas gibt's, vielleicht waren sie wirklich ineinander verliebt. Es war die wahre Liebe und sie können ja auch nichts dafür, dass sie 19 Jahre vor ihm da war. Die anderen sagen, wie kann man sowas machen, mit jemandem zusammen sein, dem man theoretisch schon von ganz klein auf kennt. Ich denke, das auch. Auch Historiker haben keine Ahnung, was Diana sich dabei gedacht hat. Warum hat sie diesen Weg gewählt? Sie hätte das alles nicht machen müssen. Ihr Alltag war geregelt. Am Hof zu sein mit all diesen anderen Frauen, immer Heinrich unterhalten, das ist nicht einfach. Diana arrangiert Heinrich dann auch noch andere Geliebte und sie bleibt auch immer in seiner Nähe. Wozu das alles? Heinrich bekommt schließlich eine Tochter mit einer von diesen anderen Frauen, die Diana organisiert hat. Diese Tochter wird dann Diane genannt. Okay. Und damit sollte Dianas Aufgabe dann vorbei sein. Diese Tochter sollte zu Diana kommen. Sie sollte sie mitnehmen und wieder zurück in ihr Haus. Und das war eigentlich schon alles unter Dach und Fach, aber Heinrich soll da in letzter Minute gesagt haben, nein, ohne Diana kann er nicht sein. Sie muss bei ihm sein, in seiner Nähe. 1544, nach elf Jahren Ehe, wird dann auch Katharina endlich schwanger und das so ziemlich jedes Jahr. Und im Jahre 1547 wird Heinrich dann König von Frankreich. Damit war auch Dianas Position ebenfalls sicher. Als Heinrich König wird, nimmt auch alles, was um Diana herum passiert, ein ganz neues Level an. Sie wird zur Herzogin ernannt, das ist der höchste Titel. Heinrich lässt ihr Schloss aufwendig renovieren und schenkt ihr noch ein anderes gratis mit dazu. Diana erhält die Kronjuwelen, die eigentlich Katharina gehören. Als Heinrich zum König gekrönt wird, sitzt sie auch in der ersten Reihe, während Katharina irgendwo hinten sitzt auf der letzten Bank. Heinrich trägt sogar stets ein Wappen bei sich, welches allen seine Liebe zu Diana zeigen soll. Ein Schriftzug mit einer blauen Lilie, in der die Buchstaben H und D zu erkennen sind. Diana präsentiert sich am Hof allen als die Königin. Er findet sogar Gesetze. Unter anderem veranlasst sie das, jede Kirche, die eine Glocke hat, nun dafür Steuern zahlen muss. Das gesammelte Geld geht direkt und zu 100% in die Kasse von Diana. Auch bedient Diana sich an der Kasse des Königs. Teure Möbel, Gemälde, Kleider werden also auch von den Bewohnern Frankreichs gesponsert, ob die das jetzt wollen oder nicht. Diana bekommt auch den Titel ihres Vaters, etwas, das eigentlich gar nicht möglich ist und Grundstücke geschenkt. Heinrich macht aus Liebe alles. Diana hat am Hof auch viel mitorganisiert, die Hofdamen ausgewählt, alles, was eigentlich Katharinas Aufgabe gewesen wäre. Berater des Königs und Adlige finden das absolut nicht witzig. König Heinrich sitzt auf dem Thron, aber Diana hatte das Sagen und das war eine ganze Menge. Auch gute Sachen. Sie hat schon auch viel Geld in die Unterhaltung und so weiter investiert, nur halt meistens alles mit Geld, das ihr nicht gehört. Und das geht über viele Jahre so, bis das Ganze ein plötzliches Ende nimmt. Wie wir wissen, gab es am 30. Juni 1559 ein Turnier, weil Heinrich und Katharinas Tochter Elisabeth Philipp von Spanien heiraten sollte. Heinrich nimmt daran teil und Diana hatte ihm schon lange versucht, solche Teilnahmen auszureden, weil Diana glaubte auch an das Übernatürliche. Ihr Astrologe prophezeit ihr, dass Heinrich nur etwa 40 wird und dass das Ganze mit einem Turnier zu tun hat, was dann auch so war. Ein Teil der Lanze landet ja in Heinrichs Auge. Zehn Tage ist unklar, was mit dem König sein wird. Interessant ist aber, dass Katharina an dieser Stelle nicht erlaubt hat, dass Diana Heinrich besuchen darf und das dann auch funktioniert hat, weil Heinrich selbst Diana nicht sehen wollte. Die ersten Tage war er noch in der Lage zu sprechen und er wollte Diana nicht sehen. Warum? Als ob sie neben ihm sitzt und trellert, ich hab's dir ja gesagt. Als klar war, dass König Heinrich nicht mehr da ist, war auch für Diana alles vorbei. Aber sowas von. Diana hat dann ganz schnell die Kronjuwelen an sie geschickt, als Zeichen des guten Willens. Katharina hat ihr dann aber alles abgenommen, was Heinrich ihr je geschenkt hat. Zumindest fast alles, bis auf die Titel, die hat sie behalten dürfen. Katharina hat Diana dann ein kleineres Anwesen angeboten. Das kleine Schloss, das Heinrich ihr geschenkt hat, hat Katharina dann komplett renovieren lassen, alles samt Garten. In meinem Katharina de' Medici Video habe ich ja bereits gesagt, die beiden zusammen war ein Bild für die Götter, weil die andere Frau genau das hatte, was die andere wollte. Und beide waren so clever, sich miteinander anzufreunden und viele Jahre sah das auch wirklich aus wie eine echte Freundschaft. Katharina und Diana waren am Hof oft zusammen unterwegs, ging es Katharina mal nicht so gut, war Diana für sie da und hat auch die Söhne und Töchter zu sich genommen. Aber Heinrich war weg und Katharina hat inzwischen auch ihren Wert erkannt. Sie wusste nach all den Jahren, jetzt ist sie dran. Und als eine der ersten Dinge hat sie Diana die Tür gezeigt. Diana durfte nicht mehr am Hof sein und es gibt sogar Berichte darüber, dass wohl ziemlich alle sehr glücklich darüber waren, dass kein König mehr da ist, der nach ihrer Pfeife tanzt. Diana hatte in diesen Jahren, wo sie die Königin gespielt hat, vielen sehr viel Geduld gekostet. Diana verbringt ihre letzten Jahre auf dem Land, verwaltet dort ihre üblich gebliebenen Ländereien und hat, trotz allem, noch ein immenses Vermögen. Sie beobachtet den Hof nur noch aus der Ferne. Im April 1566, sieben Jahre nach Heinrich, fällt Diana vom Pferd und erholt sich davon nicht mehr. Ihr letzter Tag ist der 22. April. Ich finde, Dianas Geschichte ist sehr interessant, mit einer der interessantesten, die es überhaupt gibt. Alle reden nur über sie, weil sie die Geliebte des Königs war und eine doch recht berechtigt fragwürdige Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Aber mich würde es sehr interessieren, warum? Warum das alles? Wollte sie sich selbst einfach nur beweisen? Ich kann alles, was mich betrifft, verändern. Für eine Frau in der Zeit war es ja nicht möglich, irgendwie aufzusteigen, neue, bessere Titel zu bekommen, mehr Geld zu bekommen. Aber das ist Diana gelungen. Herausgekommen ist sie aus der Sache dennoch sehr gut. Auch dank der Güte von Katharina de' Medici. Mit viel mehr Geld, Namen und Titel, das hätte sie so eigentlich unmöglich haben können. Ich frage mich, war das alles für Diana nur ein Spiel? Wie weit komme ich und geht es von da an noch weiter? Kriege ich einen Platz in den Geschichtsbüchern? Oder hat sie Heinrich wirklich geliebt und es war halt einfach nur so, dass sie wirklich 19 Jahre vor ihm da war? Und hat er auch alles bewusst so arrangiert, dass alle denken, Diana und er sind das Königspaar, weil in seiner Position hätte er sie nie heiraten dürfen? Also hat er sichergestellt, dass alle zumindest denken, sie ist seine Ehefrau? War das alles wirklich nur Liebe und wenn man davon profitiert, warum Nein sagen? Andererseits wollte Heinrich sie an seinem Ende nicht sehen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Julie. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.